Ich bin Schwö und ich versuche heute was Kurzes über Krähen zu sagen, damit ich überhaupt mal was sage. Genau. Warum über Krähen? Weil ich während der Pandemie begonnen habe, die Krähen zu füttern, regelmäßig, weil ich eine Raus-Routine bräuchte und jemand auf Twitter sehr viele, sehr schöne Krähenfotos gepostet hat. Das war Tev. Und der ist auch regelmäßig rausgegangen, jeden Tag, um die Krähen in seiner Gegend zu füttern. Und deshalb kannten die ihn alle und sind ihm immer gefolgt in großen Schwärmen, weil Krähen sich die Gesichter von Menschen merken, vor allen Dingen die, die sie mögen. Und genau, das wollte ich irgendwie auch. Deshalb habe ich das gemacht. Krähen sind Singvögel und deshalb dürfen sie nicht geschossen werden, was in den 70ern mal versehentlich beschlossen wurde. Also die haben in den 70ern mal beschlossen, dass Singvögel nicht getötet werden dürfen. Und haben dabei aber vergessen, dass Krähen ebenfalls zu den Singvögeln gehören. Und deshalb dürfen die Bauern die seitdem schwieriger schießen. Also, ja. Und was ich immer gefragt werde, beziehungsweise was Leute im Park sagen, wenn ich die Krähen füttere, ist, das sind Raben. Es sind aber keine Raben eigentlich, weil Krähen sind verschiedene Arten. Es gibt in Deutschland vor allen Dingen die Aaskrähe, dazu gehören die Raben- und die Nebelkrähe. Das sind, da kann ich gleich Bilder dazu zeigen, also es gibt auch Hybridarten aus beiden. Krähen und die Saatkrähe, die ist ein bisschen hässlicher und andere weitere. Genau, die ganzen Krähen gehören wie die Raben zur Gattung des Corvus, was Latein ist und Krähe heißt. Und auf Deutsch heißen die Krähen und Raben. Die deutsche Wikipedia sagt, da gehören 42 Arten zu. Die englische sagt, das sind ungefähr 46. Und Experten haben die eingeteilt in Krähen und Raben. In ungefähr, die Krähen sind die kleineren. Also so eine richtige Einteilung gibt es da irgendwie nicht. Ups, das war der falsche. Genau, das heißt also, die Krähen und die Raben gehören neben den Dohlen, glaube ich, auch zu den Krähen und Raben. Und die Krähen und Raben gehören wiederum zu den Corvidäe, das sind die Rabenvögel. Das ist die Familie und daraus schließen wir, dass die Rabenkrähen keine Raben sind, aber zu den Rabenvögeln gehören. Und die Kolkraben sind unter anderem keine Krähen, obwohl sie zu den Krähenvögeln gehören. Genau, und jetzt habe ich ein bisschen wenig Slice, weil mir die Zeit ausging zur Vorbereitung. Genau, und jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Also das ist eine Karte von der Gegend, wo wir leben und wo ich die Krähen füttere und so ein bisschen kenne. Und da habe ich ein paar Nistgebiete ungefähr eingezeichnet. Genau, das ganz links, das blaue, das zur Orientierung, das ist ungefähr 100 Meter hoch. Und die Kreuze sind ungefähr, ja, Nester. Krähen tun sich immer zusammen zu paaren, um sich fortzupflanzen. Überraschung. Und genau, die bleiben sich auch treu und das hält dann halt auch in der Regel bis an ihr Lebensende. Und die suchen sich zu zweit dann, beziehungsweise die haben zu zweit ein Nistgebiet, wo sie halt brüten und Junge bekommen. Und wenn die überleben, dann bleiben die häufig noch ein, zwei Jahre bei den Eltern und helfen bei der Aufzucht ihrer Geschwister im Folgejahr. Und ja, die Jungen schließen sich irgendwann den Jungvogelgruppen an und die fliegen halt so ein bisschen durch die Gegend. Bei uns ist das so die Mitte von dem Lene Vogtpark, wo die Jungvögel halt rumfliegen. Aber die sind eigentlich im gesamten Stadtgebiet unterwegs und die gucken immer, ob irgendwo in einem Nestgebiet ein Platz frei wird. Also ob da ein Partner gerade verstorben ist oder so. Und wenn ja, dann streiten sie sich darum, wer da jetzt hin darf. Ups. Genau. Kränen fressen alles. Kränen sollten aber nicht alles fressen. Weil, ja, gerade wenn sie halt irgendwie sehr viel Fastfood fressen, das fressen sie bei uns im Park sehr gerne, dann ist das schlecht für den Nachwuchs, weil die halt Vitaminkammerkriegen davon. Und, ja, die haben unter anderem, die haben dann unter anderem zum Beispiel verkrüppelte Füße oder sowas. Genau. Jetzt wollte ich einen die Fotos zeigen, aber Fabi sagt, ich bin fertig. Also danke. Ich kann aber auch noch Fotos zeigen. Genau, das ist zum Beispiel Diesel. Das ist eine aus dem nördlichen Gebiet bei uns. Den Namen hat Diesel wegen Twitter, weil ich mich irgendwann verschrieben habe. Das ist Shiny. Und Shiny ist eine von den Kränen, die mir aus der Hand frisst, was man da sieht. Da gab es bei uns ein kleines Kommunikationsproblem. Immerhin hat sie die Lust bekommen. Was man dabei so ein bisschen sieht, ist, dass sie im Schnabel noch sehr, hups, noch sehr rote, ja, das Innere des Schnabels ist noch sehr rot. Und das ist bei den jüngeren Vogeln so, ab einem halben Jahr Alter wird das halt erst dunkel. Daran erkennt man die Jungvögel. Und die sind halt in der Regel auch noch viel draufgängerischer. Das ist der Baum bei uns vor dem Haus. Da haben sie ein Nest gebaut, aber leider nicht gebrütet. Das ist eine Krähe, die mich besucht hat im Homeoffice. Das ist eine Nebelkrähe, was man sehr schön an dem Hellen sieht. Die Nebelkrähen sind, ich bin mir gerade nicht sicher, ob östlich oder westlich der Elbe, aber das ist so das Gebiet, wo die Nebelkrähen und die Grabenkrähen so ein bisschen unterschiedlich verteilt sind. Und bei uns ist genau die Mitte. Das heißt, wir haben auch Hybridkrähen, wo halt, ja, die halt so ein bisschen... Das ist hier die vordere Krähe, das ist ein bisschen grau, aber nicht ganz grau. Hier sind sie im Sommer, wie sie versuchen, sich abzukühlen, indem sie die Schnebel aufhaben. Fabi, du schlappst mich einfach irgendwann hier. Ja, okay, sehr schön. Das ist eine Hybridkrähe, das ist Echo, wie sie im Baum sitzt und ganz schön aufgeplustert ist. Eine Krähe, wie sie sich putzt. Echo, wie sie aus meiner Dose Nüsse angelt. Noch eine Krähe. Noch eine Krähe. Eine weitere Krähe. Ja, okay. Dann, ja, danke schön fürs Zuhören.